Hey und willkommen zu einer weiteren Runde Swarm Z. Bewerte den Part und viel Spaß! Ich werde jetzt was grundlegend anderes probieren. Ich werde versuchen, erstmal nur eine einzige Seite zu besiegen. Mal schauen, ob das geht. Schön nach da vorne die Katana Boys und dahinter die Schnipper Boys. Und dann auch ringsrum ein paar Assault Rifle Leute. Und nachher vorne sporadisch ein paar Macheten Jungs. Dazu dann noch die eine oder andere Barrikade. Und schon habe ich kein Geld mehr. Dann starte ich mal. Ja, also ohne Barrikaden wird das nichts. Denn die Sniper werden jede Sekunde sterben. Und da versuchen die Zombies auch schon wieder durchzukommen. Und keiner macht was dagegen. Die Katana Viecher, die sind schon nicht schwach. Aber zieht euch das rein. Es reicht nicht. Eine Ewigkeit später. Die werden jetzt mega schnell umfallen. Ja, das stimmt schon der Erste. Ich glaube die Katana Leute dort zu platzieren ist ziemlich sinnvoll. Erinnert ein bisschen an den Film 300. Oh ja. Ich weiß jetzt nicht wie viele da noch übrig sind. Aber es scheint bisher das Beste gewesen zu sein. Aber es fallen immer mehr. Oh ja. Soll ich mich mal umdrehen und gucken? Ja komm. Ich schau mal. Oh. Alles klar. Das ist doch einfach zu viel. Ach ja die andere Seite existiert ja auch noch. Mist. Ich baue mir hier mal einen kleinen Käfig. Und da packe ich ein paar Azole Reifleute rein. Und dann natürlich auch noch ein paar Katana Jungs. Aber auf der anderen Seite gibt es erstmal eine größere Eingangsfläche. Und dazu noch doppelt so viele Zombies. Das ist äh gar nicht gut. Ich kann gerade mal eine ganze Reihe voller Crowbar Jungs hinstellen. Aber zum Testen vielleicht gar nicht so verkehrt. Viel Spaß da oben ne. Ich will eh nur wissen ob das jetzt hier unten gut ist. Ne und zack sie sind durch. Aber klar sie mussten ja auch nur einen einzigen Katana Typen umbringen. Und auf der anderen Seite hat es noch nicht mal begonnen. Krass. Ich kann das Baby hier reinstellen. Das wäre doch mal ne Idee. Genau. Um mich einfach nur darauf konzentrieren. Dieses kleine Areal zu beschützen. Oh Mann ob das geht? Ich weiß ja nicht. Barrikaden auf beiden Seiten. Katana Typen auf beiden Seiten. Und dann mit den Assault Rifle Typen komplett übertreiben. Dasselbe auf die andere Seite. Ja. Kein Geld mehr. Okay. Start. Kommt her meine Kinder. Räum ein bisschen auf. Und die Katana Leute wehren das Ganze bisher gut ab. Aber da ist auch schon der erste Down und der zweite auch. Heißt also sie greifen die Barrikaden an. Aber ja sie halten die doch ganz gut weg. Nur warte mal ab bis die andere Seite kommt. Dann werden die sich hier nämlich nicht mehr auf die da konzentrieren können. Ja. Sie schießen jetzt mittlerweile auch auf die andere Seite. Aber es geht. Was zur Hölle? Als ob das der Schlüssel war. Das hat ja alles verändert. Oh lol. Was? Ihr lauft einmal rum? Das ist ja mega die Schwachstelle. Aber wie cool. Sie greifen einfach nicht mehr an. Sie kommen nicht mehr hin. Die einzige Möglichkeit gerade noch zu sterben sehe ich hier. Aber da links ist fast alles futsch. Oh ja. 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 Perfekt. Ich werde gewinnen. Die sind down. Die ganzen Katana Leute auf der anderen Seite waren überflüssig. Ja. Go meine Kinder. Kümmert euch darum. Ist das ein cooles Spiel. Also hier die Barrikaden waren fast überflüssig. Hier drüben sind sie definitiv fehl am Platz. Genauso wie die Katana Leute. Also man hätte das durchaus noch besser hinbekommen können. Mann brauchen die lange. Leute beeilen euch doch mal. Wie eine Frau da mit dem Revolver einfach AFK rumsteht. Die sind auch arbeitslos geworden. Aber besser so als dass alle sterben. Und gewonnen. Ja. Mein Baby Harald geht's gut. Ist das schön. Das ist also die nächste Map. Okay. Aha. Mhm. Ach es sind 35.000 Zombies. Aber es sind auch andere. Jo. Als ob. Wie cool seht ihr denn aus? Und auch kaum Deckung. Äh. Was mache ich denn jetzt hier? Ach so. Da. Oh. Da auch noch. Ja gut. Das ist ja stressig. Okay. Ich habe eine Idee. Und ich probiere es einfach mal. Genau. Ich baue jetzt hier einen kleinen Schutzwall und mache dasselbe wie gerade auch. Ah ne. Aber wir haben doch gelernt. Eigentlich brauche ich gar nicht so viel Platz. Die können auch ruhig eingeengt sein. Desto mehr Schutz kann ich bauen. Und ich habe ja auch mehr Geld. Stimmt. Oh lecker lecker. Schmecker. Das sollte doch reichen oder? Für die 35.000 Zombies? Das ist doch nichts. Alter geht das ins Geld. Ich denke was besseres kann ich nicht machen. Die Katana Leute lohnen sich auch nicht. Denn so viel Geld hätte ich gar nicht um die hier überall rum zu platzieren. Und Baby Harald kommt da rein. Ach der kleine Fratz. Und dann vielleicht noch mehr von den Leuten da rein. Sniper lohnt sie nicht? Ja. Wenn ich schon dabei bin. Ja man könnte vielleicht hier für die Ecke noch den einen oder anderen Lauch platzieren. Ja. Okay. Dann würde ich sagen starten wir. Das. Das wird halt niemals was. Niemals. Boah sind die schnell. Die sind ja alter. Das macht es ja tausendmal schwieriger. Jawohl. Ja das hier wird ein Problem. Wenn die nämlich hier einmal rumlaufen. kommen die viel zu spontan um die Ecke. Als dass meine Leute da noch schnell reagieren könnten. Boah die machen aber auch ein Damage. Oder? Noch sieht es gut aus. Ich. 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 Ich überlebe das. Guckt es euch an. Vielleicht waren die Barrikaden schon wieder unnütz. Ich brauche nur einen konzentrierten Raum oder eine konzentrierte Fläche mit den Assault Rifle Typen. Mehr ist nicht nötig in dem Spiel. Ich habe es durchgespielt. Aber guckt euch das an. Ist das gestört. Wie sie alle zu mir wollen. Die ersten 10.000 sind sicher schon tot. Die schaffen es immer noch nicht mal um die Ecke. Hier ja sowieso nicht. Ja rückwirkend. Ich würde wahrscheinlich dasselbe nochmal bauen. Mit einer Barrikade drumherum. Und dann hier startend. Denn dann könnten die besser auf diese Ecke hier reagieren. Auch wenn das gerade noch kein Problem darstellt. und ich habe gewonnen. Ich glaube das Kind hat echt eine Zukunft. 39.900 Zombies. Okay. Ja. Boah. Was zur Hölle. Was ist das denn? Hm. Können die da durch? Schwer zu sagen. Durch den Zaun ja sowieso nicht. Aber können die durch den Zaun bellern? Sollten die doch. Ich probiere es mal. Kannst du hier durchschießen bitte? Einmal kannst du mal zeigen? Mach mal bitte. Und? Schaffst du? Schaffst du? Hallo? Sag mal. Bist du blöd? Hallo? Da sind noch Löcher. Hier. Alles klar. Die hatte das, was sie jetzt nicht anders verdient. Jetzt kannst du zugucken, wie das Baby stirbt. Und verloren. Aber das war ja eh nur ein Test. Okay. Also gehe ich davon aus, dass ich da nicht durchballern kann. Und die da auch nicht durchhauen können. Ja, dann könnte man. Lass mich schauen. Ich meine, ziehe einfach wieder was hin. Nimm zumindest eine Schicht. Oh. Aha. Aber da können die doch durch. Hm. Na, wir brauchen schon eine Schicht. Schutz. Das habe ich gar nicht nötig. Einfach die Männekes platzieren und schon ist gut. Dame, brauchen wir doch einfach nicht im Leben. Dann noch hier. Ein Frotz. Zum Hallo sagen. Nach vorne. Und. Go. Pff. Dann kommt mal her. Ach, der schafft das doch. Komm schon. Das sind nur ein paar. Und die haben sogar Helme. Oh. Ja. Guter Job bisher. Alter, das sind halt. Da können Tausende kommen. Die würden es niemals da durchschaffen. Wie ist das gestört. Das da könnte ein Problem werden. Ja, vor allem, weil dann gleich. Oh mein Gott. Von der Seite. Von der Seite. Und von der Seite welche kommen. Das hier schaffen die noch. Aber wenn die beiden anderen noch dazukommen. Ich weiß ja nicht. Einige drehen sich. Sie kommen schon ein bisschen weiter, würde ich sagen, oder? Ja, spätestens jetzt. Das wird nichts. Niemals. Am Anfang ist das nur alles chillig. Aber sobald dann die anderen Schichten dazukommen, ist ganz böse. Obwohl es echt noch geht. Ne, ich glaube, das Spiel schafft man komplett mit dieser Methode. Als ob, ey. Es geht halt wirklich. Und das war's mit der Seite. Nur noch von oben. Ob ich das jetzt noch schaffen werde? Oh, ich weiß es nicht. Die unteren haben sie nicht mal umgedreht. Wie sieht's denn aus? Alles komplett leer. Bis auf, ja, die paar hier. Ich schätze mal, das sind noch so 2000, 3000. Aber kein Problem. Und gerettet. Eier. Eier. Okay. Dann bewerte den Part. Schaut noch in die Videobeschreibung. Da sind ganz viele tolle Sachen verlinkt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dann. Bis dann.